Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends. Ja, letzte Woche kam leider kein Video, da hab ich's ein bisschen verkackt. Aber diese Woche kommt jetzt hoffentlich mal wieder ein Video, also das hier. Gestern hatte ich eigentlich schon eins aufgenommen, aber... Ja gut, hab ich gesagt, dass ich's schon wieder verkackt hab? Ich hab's mir die ganze Zeit nur auf dem zweiten Bildschirm-Stream dann startaufzunehmen. Aber hier seht ihr's nochmal, das ist das, was ich komplett verkackt hab. Und das ist das von gestern, also... Ja. Ich war eigentlich gar nicht so schlecht, 22 zu 12. Und fast Full-Item-Bild. Ja, aber ich würd' jetzt einfach mal sagen, wir starten schon mal. Wir können uns bald Timo leisten. Also der kostet ja 1350, glaub ich. Und wir sehen uns dann gleich. Okay, dann nehmen wir einfach mal an. Okay, und go. Mitte. Gewalt ist immer eine Lötung. Ich will heute wirklich nochmal Katharina spielen, denn irgendwie krieg ich das mit der immer ziemlich gut hin. Und hoffe jetzt einfach mal, dass mein Gegner kein Counter ist, also ein Gegner, der mich gut... ...ja, töten kann. Ganz einfach. Ja, aber ich würd' sagen, ich lass's hier jetzt mal schnell laufen. Und wir sehen uns dann gleich in-game. So, jetzt sehen wir ja endlich alle Gegner. Hier haben wir zum Beispiel K6, Arthrox, Craves, Garen und Ryze. Ich würd' sagen, Arthrox wird wahrscheinlich der Midlaner sein, denn ansonsten kann ich mir echt keinen vorstellen, wer in die Mitte gehen soll. Ja, gut, aber da... Ja, wobei, K6? Nee. Ja, Leute, wir lassen uns einfach überraschen. Wenn Varus fertig ist, dann geht's los. Okay. So, und da geht es auch schon los. Wir kaufen uns jetzt wieder die Schuhe, dann drei Heelpods und Abwehrtote. So, Kamera jetzt umgestellt und... Achso, ich muss Mitte gehen. Hier ist jetzt fast verpennt. Slash all. Good luck, have fun. So, das ist bei mir irgendwie immer Standard geworden, keine Ahnung warum. Aber ich find' irgendwie, es gehört dazu. You too. Ja, gut. So, mal schauen, vielleicht ist schon jemand da. Okay, nee. Dann können wir uns jetzt erstmal zum Tower chillen. Achso, wir haben Duo, top. Riven und Master Yi ist eigentlich saugut. Glaube ich zumindest. Wenn Master Yi da richtig rasiert, dann kann Riven einfach hin herspringen. Du bist zum Erscheinen der Versammlung. So, 90, 89, 87, 87, 86. Kann man irgendwie... Kann man irgendwie... Ah, okay, jetzt hab' ich das auch mal gecheckt. Hier von den Wards kann man immer drei setzen. Das heißt, wenn die Zeit weg ist, dann kann ich noch ein Wort setzen und noch einen. Und wenn ich danach nochmal einsetze, dann verschwindet der Alte. Oder? Okay, nee, das macht keinen Sinn. Okay, gehen wir einfach mal drauf mit den Versäulen. So, oh. Wer war das? Graves und... What the fuck? Alter, nein! Ey, komm schon! So ein Scheiß! Ey, was sollt' es? Ja, Master Yi, komm, komm, komm! Ah! Alter! Was ist denn das? Richtiges Trollgame. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Ey, 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 bla, bla! Oh, komm, nee! Ey, was soll die Scheiße? Ne! Oh, shit. als wäre ich fast auch noch raufgegangen so alter aber komm schon mal ernsthaft was soll das ja gut dann können zumindest riven und jinx bottom top pushen ich nehme mal ein die port ja geil richtig geiles game wo arm in der köln ok ja komm 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 wir kriegen mal oder auch nicht schade etwas sein können ok ich nehme alle hilts kommen ganz ehrlich und das nächste mal wenn die wir davor pushen dann bekommen die einige schält ok 3 champions in mitte ich glaube es nicht oh ne back 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 ne machst du die nein 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 oh gott den hättest nicht bekommen bams ok hier muss man jetzt richtig konzentriert spielen vor allem was macht man als nächstes 3 mitte das kein richtiges gelb jetzt habe ich einfach mal gedacht ja komm morgens noch kurz vor arbeit kann ich auch mal noch ein schönes game machen ja geil so was jetzt hoffe ich nur dass das game dadurch nicht zu lange dauert denn später kommt auch noch mal ein fuß das wäre unpraktisch wenn ich den verpassen wird okay passt 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 weil es wer auch immer flawler ist das war neust halt nicht sollte wohl eher meine w-skill oder ich gehe einfach weh und gleichzeitig das blöde ist ich komme jetzt halt wirklich gar mit an tauren bams vergisst es junge lecker elf lafla lafla compact back 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 ich mache das nicht ist eh nur eine falle okay ich lasse pushen so und ja sehr neu ist das war ja wohl und steht steht er gut alles gut aber manchmal ist manchmal fühle ich mich echt verarscht das ist ein richtiges toll okay Garen juckt es einfach nicht wenn Master jeder durchrennt nice aber zu tritt sind wir eigentlich auch ein richtig gutes team oh ne fuck 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 okay ich gehe mal kurz zurück ja riven bleibt mal lieber hinten und gehe lieber top würde mehr sinn machen und auch tausend healpots weil ich die einfach brauche ich habe mich entschiegt bams Master Yi hält auf jeden fall die mitte da bin ich jetzt aber echt froh dass ich kein anfänger als teammates habe das merkt man ja allein schon dass die auch geblickt haben was meint mit aushalten muss oh fail fail mega fail egal passt einer frei ja wohl obwohl die eigentlich die trolle sind passieren wird das ist cool muss man nicht verstehen es ist einfach so äh äh lafla bleibt hinten ah fuck die weh habe ich nicht ganz getroffen egal aber wir können das echt schaffen das sieht schwerer aus als es ist hoffe ich zumindest was da je kommt okay da haben wir ein bisschen angehittet oh nice riven und ich habe meine ulti leute ihr wisst was das heißt rage incoming und bams und bams ah shit wieder verkauft ah ne den hätte ich fast bekommen egal das leben geht weiter so ne 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 back 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 ja okay aber ich glaube master jee kennt sich mit seinem jam schon ganz gut aus oh master jee nice sehr sehr nice okay den turm snacken wir uns auch noch okay oder auch nicht schade nice so muss das äh lafla hallo bald können wir jetzt auch noch ludens echo kaufen das wird einfach nochmals so viel bringen okay bams 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 ultimate ha ha ja genauso zumindest ob in chamber erwischt okay weiter geht's alter kehrt wieder ein ok master jee geht back aber ich hoffe jetzt wirklich dass meine software aufnimmt bams bams hallo jo was geht ab klar garen du machst mal wieder eine auf super cool ist nicht fack 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 hinten 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 okay okay dann halt nicht so oh shit 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 jinx komm 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 jinx komm jinx uuuhh 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 eh riven for real okay ich sag nix gut tschüss das riven war jetzt aber echt dreist und ich verkaufe jetzt auf jeden fall ein healpot damit ich schneller jetzt das hab denn jetzt kann ich mir auf jeden fall das holen und mit 900 ludens echo und dann dann wird rasiert und bam go 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 push 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 oh garen das ist so easy kill nice ja garen rennt oh wir müssen aber mal top und bot gucken ja egal das passt solange war mit durch pushen läuft alles ja was geht leute ja ultra damage ne master comeback jo passt einmal frei kommt was geht was geht nice oh ich denke mir gerade auch nur so höllol so farmt mal schön nice nice okay ne da komme ich nicht vor oh nice master die der rasiert einfach bis ins endliche ja komm turm fuck net up und komm lol die champions bleiben hinten okay tschüss kein bock mehr auf uns auch gut ne arthrocks kriegen wir leider nimmer egal so easy o o o o o o o shit l l l ich hab gar nicht gesehen dass ich so lowlife war typisch ich dann ist nächstes item auf jeden Fall rubin kristall um ein bisschen leben zu regenerieren oh nice top tower ist fast down ne ich sag an bin ich dumm ja bin ich ok ihr habt es erfasst oh das game so geil 11 zu 4 ja ist jeder einmal fast gestorben ok ne ne n n n n n n hallo die soldat riven berg weg 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 berg hände okay egal schütterben im gebüsch ist eh niemand nice easy 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 das war blöd laufe ich halt einfach mal dadurch so pushen wir schnell mitte durch jolo wir haben sonst nichts zu tun okay inhibitor locker easy flocke ich ich kann jetzt eigentlich nichts anderes als meist sorgen helfen wir mal kurz bord pushen wir einfach alles durch fertig ist passiert ja kommt um ok 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 go 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 run 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 was sie hallo alles gut jawohl aber den kittlers eigentlich gern gehabt Jetzt hat meine Ulti wieder so ultra lang abklingt, halt. Egal. Ähm, Master? Master. Ey, das war Glück. Ganz ehrlich. Okay, back. Fla, fla, back. Ja. Genau so. Und nicht anders. Ja, genau so. Irgendwie weiß ich halt nie, was die vorhaben. Oh, 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 oh. Der hat Gary mich aber gefokust. Ja, okay. Gut, kann man mal machen. Muss man aber nicht. Oh, oh. Heelpot. ja meine karte ist jetzt halt ziemlich scheiße wenn was da jemand ganz rückwärts kommt hier wird zehn zu eins läuft wurde konnte den werte kriegen ja gut als Eure Mö Master Yi Master Yi was soll das egal wer hat sie ja nur ohne Master Yi lol wie viel der Schaden macht ultra heftig okay hallo ich bin da fangen wir an ja easy auch wenn das nicht mein Kill war easy easy ja hallo wann bekomme ich mal wieder ein Kill das sehe ich so nicht mehr ein nein tut mir leid Tower 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 Leute Tower easy den Tower machen wir auch schnell down das Spiel schon geschafft ist auch mal wieder cool kürzere Folge zu haben was wird er durch Amina K er hat aber A A A wir haben Polo so macht man das so macht man das es läuft Amt Möcheln die die ja das war es auf jeden Fall mit dem Game mit Schaumann noch was sie sucht zu schreiben haben so hier nice troll game aber unser Master Yi war echt heftig ja Riven auch und Jinx auch fand ich jetzt okay dann würde ich jetzt einfach mal sagen was das mit der Folge und wenn es euch gefallen hat dann lasst doch bitte eine Bewertung da und ansonsten sehen wir uns ganz einfach nächste Woche wahrscheinlich okay haut rein ciao ciao Vielen Dank.